Moin Moin! Willkommen zurück zu einer Weile Runde vom Kebabsimulator. Himbeartorte ist gemacht. Wir gehen an die weiteren Gerichte. Es geht weiter. Zehn Stück will ich heute haben. Das heißt, ran an den Speck. So, nächstes Gericht. Dann machen wir gleich das gegrillte Fleisch mit. Da brauche ich nämlich Rib-Eye Scheiben. Ich habe noch eine Rib-Eye Scheibe da. Das ist sehr schön. Schneide Rib-Eye. Salz und Pfeffer. Der Klassiker. Salz und Pfeffer. Dann jede Seite grillen. Auf Teller übertragen. Tomate grillen. Tomate schneiden. Mit Petersilie war das, glaube ich. Ja. Zwei Stück. Eine gekrillte Tomate habe ich hier noch. Das ist schon eine Dreierschlange. So viele Leute wollen mein Futter. Ich habe hier noch zu tun mit Würzen. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Pfeffer. Pfeffer. Nächste Scheibe. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und dann kann ich das tun. Muss dann nur noch mal Bestandsaufnahme machen. Was dann wirklich fehlt und noch mal kochen muss. Beziehungsweise wenn es alle ist, macht man dann einfach neue Gerichte. So, mein Reservefleisch packe ich hier rein. Dann habe ich hier acht Portionen Fleisch. Dann können wir den Grill auch schon anschmeißen. So, Grill an. Fleisch drauf. Ja, so viel Platz habe ich doch nicht, dass ich alles auf einmal machen kann. Aber fünf sind schon gut. Das muss ich aber wenden, das weiß ich. Zack, zack, zack. Stand war nicht, dass ich die wenden soll. Hm. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Die nächsten drei. Und dann kann ich mich auch schon um die Tomaten kümmern. Das hier kann mal aus. Zumindest alle, außer die einer. Einmal wenden, bitte. Tomaten drauf. Da passen aber alle drauf. Ganz entspannt. So, vielleicht tue ich schon mal darüber. Halb so wild. Ich schneide das mal das klein, was ich hier habe. Und hole dann die einzelnen Tomaten noch rüber. Ah, ist gleich soweit. Da ist alles ein bisschen chaotisch, man hat nicht so viel Platz. Beziehungsweise, wenn man hier das ganze Essen alleine kocht. Da war noch ein angestellter Kut, der so vielleicht ein paar einfache Gerichte macht oder so. Das wäre nicht schlecht. Ganze Tomaten verteilen. Das ganze Fleisch verteilen. So sieht es gut aus. Und jetzt muss da zweimal Petersilie drauf auf jedes Teil. Kann ich auch das ganze Ding erstmal mitnehmen. Zweimal drauf. Ich brauche neue Petersilie. Das ist mir noch nie passiert, dass die alle war. Kacke. Sieht gut aus. Zack. Dann räume ich das hier kurz ein. Das kommt in die Mikrowelle. Und den Rest packe ich da unten rein. Das ging ja schnell. War anscheinend noch lauwarm. Gegrilltes Fleisch. Zack. Sehr schön. Nächstes Gericht. Die Hühnerbeine. Da bauen wir Tomaten. Ich habe natürlich nur 6. Also gehe ich wieder los. Und kaufe neue Tomaten. So. Wir machen erstmal die Tomaten. Alle auf den Teller. Lass mich mal schauen. Hühnerbeine. Zwei Stück. Salz und Chili Pfeffer. 1, 2, 3. Diese Hühnerbeine waren so eins der ersten Gerichte, was ich gemacht habe. Daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. So. Die Hühnerkeulen. Die Tomaten. Mehr nicht. Okay. So. Jetzt werde ich erstmal hier die Hühnerflügel würzen. Lass mich mal schauen, was wir dafür brauchen. Thymian und Kreuzkümmel. Thymian hatte ich hier extra noch geholt. Kartoffel, Hähnchenflügel. Bist du das? Ne. Hier ist es. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, man muss halt alles schön einzeln würzen. Damit sich die Gewürze auch schön verteilen und das Fleisch einziehen können. Kann eigentlich hier auch auf den Teller das drauflegen und damit würzen. Richtig. Sollte funktionieren. Aber wenn man genug Gewürze drauf macht, dann wird es doch so eine schöne Kruste. Kennt ihr das wie so eine Pfeffer oder so eine Salzkruste. Einfach nur noch alles grillen und dann geht es los. Kohle rein. Feuer an. Ja, ich glaube, ich mache zuerst die Hühnerbeine. Ja, so viel Platz ist leider nicht. Kann ich da reinlegen? Ja. Hehehe. So, du, 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 du. Du schriest dich um. Zack, zack. Der braucht ein bisschen länger. So. Runter, runter, runter. Und zwar das ganze Hähnchen fertig. Zack, Tomaten als nächstes. Dann passt das perfekt. Hähnchen und Tomaten sind dann schon fertig. Dann muss ich nur noch die Hühnerflügel machen. Das ganze Zeug. Und dann habe ich alle Gerichte fertig. Zehn Stück. Zeit für die Chicken Wings. So. Ich übertreibe es mal nicht. Wenn ich jetzt noch wenden muss, dann muss ich auch genug Zeit haben, die noch runterzunehmen. Dann mache ich zwei Ladungen. Jetzt nur noch das Gemüse. Ja, so richtig will das nicht. Dann warte ich lieber mal, bis die Zwiebeln fertig sind. Ja, damit... So, jetzt mache ich die Tomaten erstmal klein. Damit ich meine Hühnerbeine fertig habe. So. Ende. Jetzt habe ich hier aber alles an Hühnerbeinen fertig gemacht. Die kommen jetzt in den Kühlschrank. Jetzt habe ich hier aber alles voll. Maximale Hühnerbeine. Hier kann ich schon mal die Zwiebeln schneiden. Ja. Schon fertig. Hühnerbeine. Rein. Hühnerbeine. Hühnerbeine sind drin. Hier brauche ich ja 32 für 8. Portionen. Und ich habe natürlich nur 16 gemacht. He he. Ja, das dauert wieder eine Weile, bis ich hier alles gewürzt habe. Na dann. Letzte Runde Grill. Hier sind es vier, hier sind es vier. Hier ist eine doppelt. Nur noch die Zwiebeln. Hühnerbeine. Und dann kam da glaube ich nochmal Petersilie drauf. Alles drauf. Jetzt gucke ich nochmal Petersilie ein Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hände. Ja, der Grill ist aus. Ich habe es endlich geschafft. Chicken. Angekommen. Perfekt. Schaut es euch an. Neun Gerichte heute zubereitet. Volle Kühlschränke. So wie wir das haben. Das war es heute mit dem Kebab Simulator. Es reicht vollkommen aus. Ich habe jetzt ziemlich viel gekocht. Lass gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt vom Kebab Simulator. Und wie ich für Essen zubereite. Beim nächsten Mal verkaufe ich das Ganze. Und gucken wir mal, wie viel Geld wir machen. 14.000 habe ich auf der Uhr. Mal sehen, ob es 100.000 wird. Wir bleiben gespannt. Das war es für heute. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.